Gegen Ende der Sung-Dynastie lebt in Tohwa-Dung, in der Provinz Wangju, ein blinder Mann namens Shimakyu. Er stammt zwar aus einer vornehmen Familie, ist aber schon vor seinem 30. Lebensjahr erblindet. Die Familie ist verarmt. Durch das Dach tropft der Regen, kein fremder Fuß betritt das Haus. Die Verwandten haben sich vollkommen zurückgezogen. Aber er hat eine tüchtige und zuvorkommende Ehefrau namens Wak. Sie ist sehr belesen, doch scheut sie sich vor keiner Arbeit. So schuftet sie ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit. Alle diese Näharbeiten verrichtet sie gegen Lohn. Sie näht Amtstrachten für Beamte, Ausgekleidung für Gelehrte mit weiten Ärmeln und langen Hosen, Überwürfe mit schwarzen Säumen, Mäntel mit breiten Ärmeln und seitlichen Schlitzen für Beamte, Soldatenuniformen mit geraden Kragen, Herrenmäntel seitlich geschlitzt, Männer- und Frauenkleidung mit zahlreichen Nähten versteppt. Das blinde Familienoberhaupt behandelt sie von Anfang bis Ende ohne Unterlass mit Hochachtung. Unter den Leuten aus den oberen und unteren Nachbardörfern gibt es niemanden, der Frau Guax Tugenden und Tüchtigkeit nicht lobt. Sim Cheong Ga ist die Geschichte von Cheong, der elterntreuen Tochter des Blinden Sim Ha Kyu, die ihr Leben opfert, um dem Vater das Augenlicht zurückzubringen, jedoch auf wunderbare Weise gerettet wird. Sim Cheong Ga ist ein Pansori, eine koreanische Theaterform, Ein-Mann-Oper oder besser gesungener Roman? Pansori. Der Begriff ist zusammengesetzt aus dem Wort Pan, öffentlicher Platz, und Sori, Gesang. Pansori ist eine ökonomische Kunst. Nur ein Sänger und ein Trommler stehen auf der Bühne. Es gibt keine Kulissen. Und als einzige Requisiten braucht der Sänger einen Fächer, den er in der rechten, und ein Schweißtuch, das er in der linken Hand hält und damit Gesten verlängert und Affekte ausspielt. Trotzdem kann man nach einer Aufführung die Zuschauer darüber reden hören, als hätten sie einen Monumentalfilm oder eine Grand Opera gesehen. So sehr entfacht Pansori ihre Fantasie. Heute ist Pansori wahrscheinlich die einzige epische Gesangskunst, die den Sprung ins moderne Kulturleben geschafft hat. 2003 wurde es sogar von der UNESCO zum Weltkulturerbe mündlicher Überlieferung erhoben. Seit dieser Erhebung von Pansori in den Adelsstand können Ausländer damit rechnen, nach Pansori-Aufführungen von Fernseh- und Radioreportern interviewt zu werden, was sie von Pansori denn hielten, begegnen die meisten Koreaner dieser Kunst doch mit einer Mischung aus erzwungenem Respekt und Unverständnis. Und wenn man Äußerungen von Kulturbeamten, Wissenschaftlern und Theaterkünstlern sammelt, erhält man den Eindruck, Pansori sei ein recht ambivalenter, gar verbesserungswürdiger Schatz. Selbst koreanische Pansori-Liebhaber geben zu, dass sie Pansori nur teilweise verstehen. Und das liege vor allem am Text. Dass der Text nur ein Element im Gesamtkunstwerk Pansori ist und im Verbund mit Gesang und der Bühnenpräsenz des Sängers seinen Sinn erhält, vergisst man allzu schnell. Und dass ein klarer Begriff von Pansori in Korea offenbar schwer zu fassen ist und sein ursprünglich derber Volksbelustigungscharakter einigen Kulturaufsehern unbehaglich ist, das macht dem Pansori momentan die Existenz schwer. Die Texte der Pansoris sind nicht das Werk eines Dichters, sondern in vielen hundert Jahren gewachsen. Die vulgäre Ausdrucksweise im südlichen Dialekt wechselt sich mit der chinesischen Schriftsprache ab, dem Privileg der Gelehrten und Aristokraten, die im 19. Jahrhundert als Auftraggeber zahlreiche hochgebildete Ergänzungen bestellten und so Besitz von dieser eigentlich volkstümlichen Kunst ergriffen. Unübersehbar ist dies im Pansori Chung-Yang-Ga, der ebenso lyrischen wie grausamen Geschichte von einem jungen Adeligen, und der Gizeng-Tochter Chung-Yang. Eine Gizeng ist, wie die japanische Gesha, eine Unterhaltungsdame für hohe Beamte mit sexuellen Pflichten. Die langen Liebesspiele der beiden werden mit Wortspielen aus chinesischen Schriftzeichen und chinesischer Lyrik gewürzt, womit sie sich nicht nur des Gleichklangs ihrer Seelen, sondern auch ihrer verborgenen gesellschaftlichen Gleichrangigkeit versichern. Hier zählt Yi Monryong alle möglichen innigen Gefühle, koreanisch Chung, auf, die ihm in seinem Überschwang in den Sinn kommen. Du, Chung-Yang, hör mir mal zu. Wir lieben uns so inniglich. Deswegen hörst du jetzt ein Lied, bei dem in jedem Vers das Wort Gefühl und die Silbe Chung vorkommt. Das Wasser eines langen Flusses fließt unendlich lang, heimlich und still. Wanderer, die ihre Heimat verlassen und sich auf eine weite Reise aufmachen, haben im Herzen das unheimlich traurige Gefühl der Wanderer. Da ich zu der Brücke des Gelben Flusses nicht gehe, um dort von dir Abschied zu nehmen, empfinden das Flusswasser und die Bäume am Ufer Mitgefühl. Ich muss meine Liebe zum südlichen Hafen gehen lassen. Jetzt kann ich dieses Gefühl nicht ertragen. Der Mensch ist gegangen und ist nicht mehr zu sehen. So schicke ich nur mein Gefühl. Wenn wir über das einzigartige Gefühl und über ein wahrhaftiges Gefühl reden wollen, ist dein Gefühl ein Gefühl aus dem Inneren des Herzens. Mein Gefühl ist vorzüglich, gedeihlich, einfügsam und schlicht. Das sind die vier Prinzipien des Kosmos. Wenn wir diese unserer Herzgefühle gegenseitig hin- und herreichen. Und falls dabei dieses Gefühl zerschlagen wird, wird das Trennungsgefühl so schmerzhaft sein, wie wenn die Därme im Bauch platzen. Darum mache ich mir große Sorgen. Damit wir wirklich in dieser Weise unsere Gefühle verbinden, ist dies hier also das Lied mit dem Zeichen John. Gefühl. Was im Original wie ein recht seltsamer Wortcocktail aus altertümlicher Vulgärsprache und hochtrabender Lyrik erscheint, löst sich in der Übersetzung zu einem durchaus stimmigen und gefühlvollen, wenn gleich stilistisch ungewohntem Text. Alles wird im Präsenz erzählt. Dass das Publikum direkt angesprochen wird, merkt man der Sprache fast in jeder Zeile an. Chinesische Mythologie und Geschichte schwingen in allen Pansoris im Hintergrund mit. Sie werden zu Vergleichen herangezogen und verleihen den Texten einen überzeitlichen Glanz. Niemand kann die Geschichte des Pansoris und wie es sich zur Großform entwickelt hat, so klar zusammenfassen wie Yi Bochong. Der 70-jährige Wissenschaftler hat sein ganzes Forscherleben lang Pansori und alle seine Stilelemente untersucht. Die Geschichte von Pansori geht zurück bis in die Schilla-Zeit, also bis ins 9. Jahrhundert. Aus den damaligen Clowns-Spielen im Rahmen von Akrobatentruppen entwickelte sich nach und nach die Vorform des heute bekannten Gesangsstils. Zunächst von der Aristokratie verachtet und ignoriert, gewann dieser epische Gesang langsam Anerkennung, und zwar wegen seiner musikalischen Kunstfertigkeit und der Eigenschaft, nicht theatralisch zu sein. Maskierungen passten nicht zu den von der konfuzianistischen Staatsphilosophie abgeleiteten moralischen Grundsätzen, das minimalistische Pansori schon eher, trotz seines kaum Mäßigkeit anstrebenden Inhalts. Außer dem bäuerlichen Puppenspiel ist Pansori die einzige heute noch bekannte theatralische traditionelle Bühnenkunst in Korea. Zu Ende der Yi-Dynastie, um 1910, dauerte ein Pansori weniger als drei Stunden. Während der Zeit der japanischen Besetzung von 1910 bis 1945 verlängerten sie sich auf fünf Stunden. Kim Yon-Sus und Park Dong-Jins Buddies, die sie in den 50er und 60er Jahren woben, dauerten sogar bis zu acht Stunden. Und das erst im 20. Jahrhundert. Von den zwölf Pansori-Geschichten wurden sieben nach und nach aufgegeben, weil ihr banaler, allzu weltlicher und wenig erweiterbarer Inhalt von den reichen Auftraggebern, die zu den Aufführungen auch das einfache Volk in ihre Gärten luden, nicht geschätzt wurde. Eine Herausforderung für John Q. Choll, den Übersetzer, der erleben konnte, wie Pansori auf Deutsch unerwartete Schönheiten, Stimmigkeit und Witz entfaltete. Aber auch wenn wir glauben, dass die gewöhnlichen Menschen in der Joseon-Dynastie ungebildet waren, hatten sie doch diese mythologischen Vorstellungen in ihrem Alltag, selbst wenn sie sie nicht ganz verstanden. Es ist die Besonderheit der Pansori-Texte, dass in so einem ganz winzigen Theaterstück alles drin ist. Geomantik, Religion, Philosophie, Geschichte, Frauenbewegung bis hin zur Literatur und Essayistik. Und besonders interessant sind die dahinterstehenden sozialen Konflikte. Das alles durchsichtig zu machen, ist eine riesige Aufgabe. Und daher ist Pansori auch immer noch interessant. Viele Leute haben versucht, das zu erhellen. Und hoffentlich haben wir in so kurzer Zeit einen Versuch dazu beigetragen. Pansori ist nicht nur ein Kompendium der koreanischen Geistesgeschichte, sondern auch rein äußerlich ein Spiegel der koreanischen Mentalität. Matthias Entres, der deutsche Mitarbeiter an der Übersetzung. Ich habe Pansori anfangs vor allem als abstrakte Emotionalität und als virtuose Stimmakrobatik kennengelernt. Vom Text und vom Inhalt hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und das fehlte mir auch nicht, weil ich fand, dass die Ausdrucksweise im Pansori, die Mentalität der Koreaner ungemein farbig und interessant zu porträtieren schien und sie künstlerisch überhöhte. Man findet diesen Tonfall ja auch im modernen Sprechtheater wieder, besonders in den kleinen Offbühnen, wo politische und gesellschaftskritische Stücke gespielt werden, die aber weniger intellektuell als grotesk und volkstümlich sind. Ein Pansori-Sänger verkörpert die verschiedenen Personen nicht wie ein Schauspieler seine Rolle. Er deutet die Affekte an. Und so band er zwar die Aufmerksamkeit auf seine Person, die Handlung aber entfaltet sich in der Vorstellungskraft des Publikums. Deutsche denken spontan an das epische Theater von Berthold Brecht. Das stimmt insofern, als der Pansori-Sänger die Situationen sehr lebhaft beschreibt. Andererseits kann sich das Publikum nicht an verschiedene Bühnenfiguren halten, die die Personen der Handlung vertreten. Außer in den südlichen Pansori-Hochburgen Nam Won und Jong-Joo findet man nur wenige komplette Pansori-Aufführungen in Korea. Meistens sind es in Seoul schon alt gewordene Meistersänger, die es nach ein oder zwei Stunden genug sein lassen, ohne dass das Publikum rebelliert. Dabei gibt es eine ganze Reihe junger, talentierter Pansori-Sänger, die alle mehrere komplette Pansoris in ihrem persönlichen Repertoire haben. Doch als Ensemble-Mitglieder des sehr hierarchisch strukturierten Nationaltheaters müssen sie hinter den Sängern mit den großen Namen zurückstehen. Der 40-jährige Pansori-Sänger Wang Kisok, der in Jong-Joo lebt, sang im Jahre 2004 zwei viereinhalbstündige Aufführungen von Jim Jong-Ga in Hamburg und Berlin. Der übersetzte Text wurde bei der Aufführung über seinem Kopf, bequem für jeden lesbar, projiziert. Und so konnte das Publikum ganz unmittelbar verstehen, wie er ihn in Gesang und gestische Aktionen umsetzte. Das deutsche Publikum war begeistert. Pansori ist nur Singen und Hören. Der Pansori-Sänger muss sich bei der dramatischen Gestaltung des Textvortrags sehr um das Verhältnis zwischen sich selbst und dem Publikum konzentrieren und versuchen, ihn so unmittelbar wie möglich wirken zu lassen. Wie im Theater. Ein kundiges koreanisches Publikum reagiert sehr lebhaft und bekundet an bestimmten Stellen seine Zufriedenheit mit dem Sänger und seine Begeisterung und Zustimmung in den Gesang hinein. Besonders bei langen Komplettaufführungen ist das für die Sänger, wie alle immer wieder betonen, geradezu überlebenswichtig. Bei Gastspielen im Ausland versuchen die Sänger stets, dem Publikum die Dream-Sei beizubringen. Das Wichtigste am Pansori überhaupt ist die Anteilnahme des Publikums. Es ist essentiell am Pansori-Theater. Eine Pansori-Aufführung anzuhören, wie man eine Aufführung mit der Hofmusik anhört, ist vollkommen unangemessen, weil Pansori grundsätzlich eng mit den einfachen Leuten verbunden ist. Sugunga, das Lied vom Unterwasserpalast, ist eine Fabel, der das konfuzianische Ideal der Königstreue zugrunde liegt, zugleich aber eine groteske Situationskomödie, die ohne die vielen amüsanten Schilderungen nicht auskommt. Nur die Leber eines tausendjährigen Hasen kann den erkrankten Drachenkönig des Südmeeres wiederherstellen. Und so macht sich die mutige Sumpfschildkröte auf, um zulande einen Hasen zu fangen. In der folgenden Szene hat der Hase gerade als Ältester den Thron als König der Tiere bestiegen. Während im Aniri-Teil die Szene sehr lebhaft geschildert wird, ist der darauf folgende Gesangsteil von lyrischer Erhabenheit. Nun sitzt der Hase hoch auf dem obersten Sitz. Ihr misst Kerle alle, keine Bewegung, ab heute bin ich euer Gebieter. Daher gibt es einen alten Spruch. In einem Tal, wo keine Tiger sind, ist der Hase der Herr. Als sie den Hasen auf den obersten Sitz hinführen und sie sich mit vielen Bechern Weins lautstark unterhalten, kommt gerade von unten her langsam schlendernd ein seit mehreren Tagen ausgehungerter Tiger hoch. Als er gerade vor sich hin murmelt, wo soll ich bloß hingehen, um irgendwas zu fressen zu bekommen, findet er diese schmackhafte und köstliche Versammlung. Er stürzt sich und brüllend auf die dort sitzenden Tiere. Die Tiere sind zu Tode erschrocken und sagen, Aigo, großer General, wo kommen Sie jetzt her? Oh ja, ich bin ja so hungrig. Und so komme ich hierher, um euch alle aufzufressen, ihr Mistkerle. Womit amüsiert ihr euch hier? Ja, wir haben gerade unser Oberhaupt ausgewählt und haben schon mit unserem Fest begonnen. Das ist nicht euer Fest, sondern allein mein Fest. Aber was für ein Mistkerl ist denn zum Führer gewählt worden? Ja, ja, dieser Hase ist jetzt das Oberhaupt. Ihr blöden Kerle, ich bin doch der Älteste in diesen Bergen und ihr blöden Kerle, wählt unter euch Ober- und Mittelhaupt alleine aus? Aigo, wie ist das Alter eurer Generalität in diesem Jahr geworden? Der Tiger freut sich über diese Frage. Hört ihr alle, wie alt ich geworden bin, als in den Urzeiten der Kosmos gerade entstand. Aber noch bevor Yin und Yang sich trennen konnten, stürzte ein Teil des Himmels herunter, weil sich alle Könige gegenseitig bekämpften. So musste die Königin Nuwa Steine zurechtmeißeln, um die Himmelsöffnung zu schließen. Sie hat vier Schildkrötenbeine genommen und damit die vier Säulen gemacht, die den Himmel stützen. Mit ihm bin ich gleichaltrig. So bin ich der Älteste. Nicht wahr? Pansori ist eine mündlich überlieferte Kunst. Es gibt keine Partituren. Jeder Sänger hat seine eigene Version. Ein Pansori-Lehrling lernt zuerst das Badi, das heißt übergebenes Werk seines Lehrers auswendig, bis ins letzte Detail. Und diese Art mündlicher Überlieferung hat über viele hundert Jahre die Substanz des Pansori-Gesangs und das intuitive Wissen über die korrekte Art, Pansori zu singen, bewahrt. Wenn der Sänger nach Jahren des professionellen Pansori-Singens zum Meister geworden ist, dann beginnt er, an der ihm übergebenen Version zu ändern und vielleicht Gesangsstücke von anderen Badi's einzufügen und eventuell sogar selber Zusätze zu komponieren, wie es in den letzten 150 Jahren nachweislich oft geschehen ist. Da es keine beste Version gibt und auch die längste nicht unbedingt alles enthält, wurde für die deutsche Übersetzung als Vorlage diejenige ausgewählt, die von allen am sorgfältigsten transkribiert und vor allem kommentiert waren. Und das waren die der Pansori Britannica Edition von 1982, die damals unter der Leitung von E. Bo Young entstanden. Es gibt fünf Pansoris, also wählten wir fünf Sänger aus. Die sind nicht alle perfekt. Zum Beispiel Park Bong-suls Stimme ist bereits kaputt gewesen. Park Bong-sul war der letzte, der im Besitz seiner Version von Sogung-Gah war. Und Jong-Won-Jin sang von Jok-Byo-Ka ebenfalls noch eine Version, die es heute nicht mehr gibt. Populäre Versionen haben wir nicht genommen, denn die waren nicht gefährdet. Der Text allein war nicht entscheidend. Es ging darum, ein in seiner Gesamterscheinung gutes Badi zu wählen. Ausschlaggebend war auch, dass verloren gehendes Material bewahrt werden sollte. Die Übersetzung von Pansori ins Deutsche ist nicht nur die Übersetzung eines Texts in eine andere Sprache, sondern auch von einer Kultur und aus mehreren historischen Ebenen in die deutsche Gegenwartssprache. Da in der Übersetzung die verschiedenen Dialekte und Chinesisch zu einer einzigen Sprache zusammengezurrt wurden, entstand eine überraschend klare und verständliche deutsche Fassung. In der Pansori-Aufführung verschmelzen Gesang, Gestik und vermeintlich schwieriger Text zu einer höchst publikumswirksamen Einheit. Das Gefühl eines überforderten Intellekts stellt sich nicht ein. Davon konnte sich auch das Publikum in Deutschland überzeugen. Dem großen Erfolg bei der Aufführung der ersten kompletten Pansoris mit projizierter Übersetzung folgt in diesem Jahr erstmals eine Buchedition. Gleichzeitig entstand in Korea eine 15-bändige Ausgabe mit mehreren Versionen aller Pansoris, die nicht nur die Originaltexte der berühmtesten Sänger aus der Mitte des 20. Jahrhunderts enthalten, sondern auch in moderner koreanischer Übersetzung und sogar in Englisch. Der Koreanistik-Professor Che Dong-yon in Ixan, einer kleinen Stadt in der Nordjola-Provinz, also in Pansori-Land, hat erkannt, dass in einer Zeit, wo amerikanische Popstars die altchinesischen Kaiser und Philosophen aus dem Alltagsbewusstsein verdrängt haben, Pansori eine Übersetzung braucht, um ein größeres Publikum zu erreichen. Die Texte beruhen auf Versionen der bedeutendsten Sänger der um 1900 geborenen Generation, die also noch bruchlos in der Tradition des 19. Jahrhunderts standen, aber bereits komplette Schallplattenaufnahmen ihrer Badis produziert hatten. In den englischen Übersetzungen sind zwar manche schwer zu übersetzenden Details weggelassen, aber das Ziel ist ja, im Ausland eine Grundlage für Pansori-Übersetzungen bereitzustellen. Diese monumentale Veröffentlichung, eine Wiedervermittlung einer traditionellen Kunst an die gegenwärtige Gesellschaft, könnte dem allzu zurückhaltenden und skeptischen Umgang mit Pansori im eigenen Land abhelfen. Dazu tragen auch junge Pansori-Künstler bei. Eine junge Pansori-Sängerin aus Seoul hat es geschafft, auch junge Leute für Pansori zu interessieren. I. Jaram ist berühmt für ihren Guinness-Buch-Rekord. Sie war 1999 mit 20 die bis dahin jüngste Acht-Stunden-Pansori-Sängerin und für ihre ironischen Popsongs zur Gitarre. Im Nationaltheater bekommt sie Hauptrollen. Und sie ist Leiterin einer Gruppe namens Taru, die eine Comedia dell'arte-ähnliche Form von selbstgeschriebenen Pansoris über aktuelle Themen mit mehreren Darstellern entwickelt hat, die, ohne dass die Gruppe sich dessen bewusst ist, mit Brechts epischem Theater identisch ist. Zunächst einmal mussten wir eine Gruppe gründen, um über Pansori zusammen nachzudenken und wir wollten eine neue Spielweise versuchen zu entwickeln. So habe ich bei ein paar Leuten angerufen. Ich bin Jaram Lee. Vielleicht kennst du mich nicht, aber würdest du bei uns mitspielen? Nein. Zuerst waren wir zehn Leute und wir haben in der Kneipe gesessen und haben uns überlegt, dass wir einen neuen, interessanten Aufführungsstil brauchen. Neues Pansori. So haben wir gespielt und gespielt. Und das war nicht einfach. Aber wir mussten einfach. Warum? Junge Leute mochten unsere Auftritte. Deswegen mussten wir das einfach machen. Deswegen machen wir Taru. Gleichzeitig arbeitet sie beharrlich an ihrer Pansori-Karriere. Momentan studiert sie das Pansori Jokbyokka, ein Kriegsepos. Noch ist sie im Stadium der phonografischen Stimme. Aber wenn sie erst einmal Meistersängerin sein wird, wie werden dann ihre Badis aussehen? Die Versionen, die sie dann an ihre Schüler weitergeben wird. Wenn ich zum Beispiel ein neues Junyang-Ga mache, dann würde ich die alten chinesischen Sachen nicht benutzen, die die reichen Leute der Jouson-Zeit in die Pansoris reingesetzt haben, sondern stattdessen gegenwärtige Geschichten einfügen. Wenn ich das mache, würde ich es gerne so machen. I Jaram singt aus Junyang-Ga, das fröhliche Ende der dramatischen Geschichte der treuen Liebe von Junyang, die sich der Wollust eines mächtigen Präfekten unter Einsatz ihres Lebens widersetzt. Gerade hat Junyangs junger Ehemann, der viele Jahre abwesend war und nun als Geheiminspektor im Auftrag des Königs zurückgekommen ist, sie aus ihrer Kerkerhaft befreit. Als erstes fragt Junyang nach ihrer Mutter. Wo ich geblieben bin? Hier bin ich doch. Offiziere, halten Sie die großen Haupttore auf. Hier marschiert die Schwiegermutter des Geheiminspektors herein. Ihr Mistkerle! Geht es zwischen den drei Toren immer noch so streng zu? Hey! Hey, Offizier! Lass mich auf der Sänfte sitzen. Ich habe keine Lust, zu Fuß zu gehen. Alle Leute in Namwan, hört mir zu. Meine junge Tochter Junyang ist im Kerker so fest eingesperrt gewesen und stand kurz vor dem Tod. Und dann ist der Frühling in die Diensthalle gekommen. Und nun machen Frühlingswinde und Pflaumenblüten meine Tochter wieder lebendig. Ist das nicht wunderbar? Wunderbar? Olchigu, Olchigu, Jolchigu! Ihr Leute des Dorfes Namwan, ich habe euch etwas zu sagen. Strengt euch nicht an, einen Sohn zu bekommen, sondern versucht, eine Tochter wie Junyang zu gebären und auch so wohlbehütet aufzuziehen. Wenn dann einer aus Seoul kommt, nehmt ihn als Schwiegersohn, ohne irgendwas zu fragen. Olchigu, Jolchigu! Es ist so schön, dass ein Geheiminspekteur in dem Moment eintrifft, in dem die treue Frau Junyang hingerichtet werden soll. Olchigu, Olchigu, Jolchigu! Wenn ich diesen meinen Hintern so hängen lassen würde, soll ich dafür Reisfelder oder Ackerboden kaufen? Nein, ich lasse ihn jetzt schön hin und her schwingen. Olchigu na Jolchigu! Olchigu, Jolchigu, es ist schön, Jeevaja, wunderbar! Olchigu, Jolchigu! Olchigu na Jolchigu! Ja! Aber! Vielen Dank.